Wir haben eine Showkabina 10.20, das ist die Junior Suite, bloß auf der anderen Seite. Riesengrose Bäder, ganz ganz toll. Und die Betten sind richtig schön breit. Schön zu entsetzen und einen großen Balkon-Empner. Wo man auch die Füße dann ein bisschen hochlegen kann. Ganz 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 toll. Und es ist halt schön, die Nespresso-Maschinen, die hat man auf allen Kabinen mit dabei.